Meine Lieben, endlich ist es soweit! Silas Orient Küche ist für euch ab dem 2. September auf dem Markt. Lange habe ich darauf gewartet, lange habe ich daran geschrieben und gefeilt. Da steckt ganz, ganz viel Liebe und Leidenschaft drin. Das sind alle meine Geheimrezepte, die Geheimrezepte von meiner Mutter. Dann sind da Rezepte drin aus meiner Kindheit und Rezepte, die euer Liebesleben auf jeden Fall aufpünken. Dann findet ihr Rezepte für eure Kinder, Rezepte für eure Freunde, für ausgiebige Abende. Also meine Lieben, viel Freude damit. Ich freue mich, dass ich es endlich mit euch teilen darf. Und guten Appetit!